Die Arbeitswelt verändert sich und wir uns mit ihr. Vorbei die Nachfrage nach gleich getakteten Lohnarbeitern. New Work verlangt selbstdenkende, kreative Individuen. Chefs dürfen in Zukunft nicht mehr bossig sein, sondern müssen ihre Angestellten tagtäglich inspirieren und fördern. In der modernen Arbeitswelt ist ein Unternehmen nur dann erfolgreich, wenn es ihm gelingt, die Kreativität und Verantwortung des Einzelnen zu nutzen. Die neue Arbeitswelt bietet Chancen, birgt aber auch Risiken. Ein typisches Bild von Familienleben in den 1880er Jahren auf dem Land. Drei Generationen lebten und arbeiteten zusammen. Der Vater, das Familienoberhaupt, trug die wirtschaftliche Verantwortung und galt deshalb als Respektsperson. So sah Arbeit im vorletzten Jahrhundert aus. Patriarchalisch und streng hierarchisch. Jedes einzelne Familienmitglied, um und im Haus, musste für die Firma Familie arbeiten. Diese kleinste aller wirtschaftlichen Einheiten wurde mit der ersten industriellen Revolution jäh zerstört. Das Wirtschaftswachstum in den Fabriken spaltete die Familie als Arbeitszelle. Denn die Industriearbeit forderte von nun an Individuen und keine Familien mehr. Die Erfindung der Dampfmaschine veränderte das Arbeiten fundamental. Fabriken benötigten Hunderttausende von Arbeitern. Und sie kamen in Scharen. Von nun an generierte fremdbestimmte Arbeit den Lebensunterhalt in Form von Lohn. Heute sehen die Fabrikhallen so aus. Roboter haben einen Großteil der menschlichen Arbeitskraft wegrationalisiert. Wir befinden uns inmitten der vierten industriellen Revolution. Die Welt verändert sich immer schneller. Alles wird immer technologisierter. Und das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass man sich jetzt nicht entscheiden kann, will ich das machen oder nicht, sondern es passiert auf der gesamten Welt und ich muss Teil dessen sein. Wir befinden uns in einer industriellen Revolution. Wahrscheinlich in der zweiten ganz großen industriellen Revolution seit Erfindung der Dampfmaschine, der erste industrielle Revolution. Damals wurde weitgehend die menschliche Hand ersetzt. Jetzt wird in vielen Bereichen das menschliche Gehirn ersetzt. Und das folgt dazu, dass wir einen total umgreifenden Wandel in der Arbeitswelt haben werden und mit diesem Wandel auch einen großen Wandel in der Gesellschaft. Die Treiber des schnellen Wandels sind Digitalisierung und Automatisierung. Die Roboter und Maschinen sind aber nicht nur böse Jobkiller, sie bewahren uns auch vor repetitiven Arbeiten, verhelfen uns zu anspruchsvolleren Tätigkeiten und sie verschaffen uns Raum für kreative Ideen. Ein Blick in die Zukunft. Edna ist gut gebildet, jung und anspruchsvoll. Sie ist Digital Native und lebt nachhaltig. Mit dem Elektromobil der Share Economy fährt sie in die Firma. Dort arbeitet Edna Seite an Seite mit dem Roboter-Kollegen. Während er ihr die monotonen Fertigkeiten abnimmt, investiert sie die gewonnene Zeit in neue Business-Konzepte. Man sagt auch, dass man sich von einer klassischen Organisation sich hin entwickelt zu einer Netzwerkorganisation. Also wo man weniger hierarchisch arbeitet, wo man eher virtuell arbeitet oder auch in fluideren Strukturen. Also dass Teams formiert werden und dann wieder aufgelöst werden. Also im Endergebnis haben wir viel weniger statische Strukturen, viel weniger Bürokratie und viel selbstorganisiertere Zusammenarbeit mit weniger Hierarchie. Alles Werkzeuge der neuen Arbeitswelt. Noch sind es nur wenige Unternehmen, die das New Work Konzept im Alltag umsetzen. Eines davon ist die Firma Freitag in Zürich. Thomas Haurie arbeitet in der Produktion. Er und sein Team schneiden Lastwagenplanen zu, aus denen verschiedene Taschen hergestellt werden. Vor drei Jahren kam für Thomas Haurie der Power-Shift. Damals wurde er vom Fabrikarbeiter zum Chef der Firma Freitag. Zusammen mit 200 anderen Angestellten. Holacracy, eine der radikalsten und modernsten Betriebsorganisationen, macht das möglich. Am Anfang ist es in der Produktion gerade ein bisschen harzig gelaufen, weil es ist halt schon mit den Sitzungen und alles, um das in der Produktion dann auch regelmässig zu arbeiten, mit Schichten und eben verschiedenen Sprachen. Es war ein bisschen harzig und inzwischen lag die Motivation auch ein bisschen nah. Man dachte, ja komm, aber wir müssen doch, wir müssen doch. Mit der Zeit ist der Planenzerleger in die Führungsrolle hineingewachsen. Und kann jetzt mit all den anderen Firmenchefs, die beiden Gründer, Markus und Daniel Freitag, freispielen. Denn Chefs wollten die Brüder eigentlich nie sein. Eher die kreativen Masterminds hinter Design und der Marke Freitag. Die operative Firmenleitung hatten sie lange an CEOs delegiert. Bis zu dem Tag, an dem Daniel Freitag auf die Idee kam, den Chefposten der ganzen Belegschaft zu übertragen. Nur ein CEO an der Spitze sei nicht mehr zeitgemäss. Damit Organisationen agil und schnell intelligente Lösungen entwickeln können, braucht es einfach neue Zusammenarbeitsformen. Und da hat mir dieses Klassische, ich bin der Chef, ich gebe Anweisungen und kontrolliere, einfach das hat nicht mehr gepasst. Ich glaube, das spüren sehr viele Betriebe, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass irgendwo dieser Komplexität und diesem Tempo nicht mehr gerecht wird. Vom Arbeiter in der Fabrikhalle bis zur Designerin im Atelier. Alle entscheiden heute demokratisch, wie es mit der Firma weitergeht. Was macht das mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? In meinem Team sind auch ein paar aus Gambia, aus Afrika. Die haben das nie gemacht, dass sie einfach mal können. Sie kommen vor allem zu mir und zeigen dann ihre Meinung. Und das tut ihnen total gut und es gibt einen mega Team-Spirit. Also man macht es mehr zusammen als separat. Man redet, es ist viel mehr auf die Kommunikation aufgelegt. Das bringt eine riesen Motivation. Und so funktioniert die Betriebsorganisation Holacracy. Holacracy ist eine sehr agile Organisationsform. Die Organisation verändert sich kontinuierlich, wöchentlich, täglich. Und deshalb braucht es ein System, das abbildet. Hier sehen wir eigentlich unseren General Company Circle. Jeder Kreis wird in einer klassischen Organisation eine Abteilung abbilden. Da gibt es sehr vertraute Dinge, wie zum Beispiel eine Finanzabteilung oder eben Kreis. Es gibt eine Kommunikationsabteilung oder Kreis. Und was ganz wichtig ist, ein Mensch kann auch Rollen in mehreren Kreisen innehaben. Also wenn ich jetzt mich selber als Beispiel nehme, ich habe eine Creative Direction Rolle. Wenn ich jetzt mich als Person anklicke, dann sehe ich eigentlich den sämtlichen Rollenstrauss. Und der ist in fünf verschiedenen Kreisen. Also das heisst, meine Arbeit findet nicht nur in einer Abteilung statt, sondern meine Arbeit nehme ich in fünf verschiedenen Kreisen wahr. Die Mitarbeiter mit verschiedenen Rollen aus diversen Kreisen treffen sich in fixer Kadenz zu Meetings. Alle haben Einblick in die Finanzzahlen. Alle sind über den Erfolg oder Misserfolg des aktuellen Geschäftsgangs informiert. Das ist ja ein Monthly, 3D-Tasks, Category Driver. Für Nicht-Eingeweihte gibt die Holacracy-Sprache ziemliche Rätsel auf. Heute gibt es nochmal einen Schulterblick mit Creative Direction. Und die Erwartung von den Meetings ist es, ein Recommend abzuholen, um nachher ein Konzept Bescheid zu fällen. Nur wer das einschlägige Vokabular beherrscht, kann dem strikten Sitzungsablauf folgen. Zentral ist, dass Spannungen, die die Mitarbeiter im Arbeitsalltag haben, an der Sitzung offen ausgesprochen werden. Und das hat grosse Spannungen und eine Frustration ausgelöst in den Storrs. Einerseits, weil es immer ein sehr persönliches Thema ist, ganz klar. Aber dass man jetzt wie eigentlich etwas startet, aber wie nicht einen Schritt. Man hat es vielleicht gedacht, aber schlecht kommuniziert. Ich muss es leider ein bisschen so sagen. Es ist wirklich leider so, dass grosse Spannungen gekommen sind. Und darum würde ich gerne zwei Sachen daraus ziehen. Das Erste wäre das Projekt. Die angesprochene Spannung wegen eines nicht kommunizierten Lohnmodells muss dieser Mitarbeiter in einem Projekt nun lösen. Manchmal ist es einfacher, an der Kaffeemaschine sich zu beklagen, was die da oben nicht gut gemacht haben. Plötzlich in der Verantwortung zu stehen und zu spüren, dass meine Kolleginnen und Kollegen nun quasi an meine Verantwortlichkeiten appellieren. Das ist nicht immer bequem und ich glaube, das ist so eine gegenseitige Entwicklung. Also das heisst so dieser typische Power-Shift. Und ich glaube, da muss man gucken, dass man nicht in ein Vakuum fällt. Also einerseits glaube ich, es kann scheitern, weil gewisse Leute zu wenig loslassen. Aber es kann natürlich genauso scheitern, weil gewisse Leute nicht quasi die Verantwortung entsprechend annehmen. Mehr Möglichkeiten bedeutet mehr Verantwortung, auch mehr Druck. Und eben die Frage ist, ob man dann bereit ist, um die Verantwortung zu übernehmen. Es gibt einfach schon Situationen, wo ich finde, hey, am liebsten, es gibt so Momente, wo ich finde, ich hätte jetzt gerne einen Chef, der für mich das erledigt. Aber es hat damit zu tun, man muss sich immer wieder hinterfragen, die Rollen, die ich habe, sind es immer noch die richtigen, sind es zu viele, sind es zu wenige, sind die Projekte, wo ich gerade dran bin, schon die richtigen Rollen von mir. Und darum muss man es auch priorisieren können. Trotz Doppelbelastung ist es für Thomas Hauri wichtig, die Firma mitzutragen. Das sei typisch für die neue Generation von Arbeitnehmern, sagt der Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt. Für sein Buch hat er die Generation Y und Z befragt, was sie von der neuen Arbeitswelt fordern. Für die Zukunft sagen sicherlich die meisten Arbeitnehmer, dass es nicht mehr entscheidend ist, wie viel Geld ich verdiene, wann ich ein neues Firmenhandy bekomme, wie es mit dem Dienstwagen aussieht, das größere Büro, zur Wasserseite hin. Das sind alles eher Dinge, die der Vergangenheit angehören. In Zukunft geht es eher darum, dass andere Sachen nach vorne kommen. Sei es, dass die Selbstverwirklichung eine größere Rolle spielt, sei es der Spaß, sei es die Sinnhaftigkeit, sei es auch das Vertrauen des Chefs, vielleicht eigene Entscheidungen treffen zu können, um sich dann auch ein Stück weit in der Arbeit wiederzufinden. Strukturen aufzubrechen, ist schon in Mittel- und Kleinunternehmen wie Freitag schwierig, aber machbar. Wie gelingt den behäbigen Grosskonzernen der Schritt in eine neue Arbeitswelt? Etwas länger braucht der Prozess bei großen Unternehmen, die dann tatsächlich in der Transformation auch bestehende Dinge erstmal abbauen müssen. Also Unbossing betreiben müssen, Hierarchie, Strukturen rausnehmen, auch Führungsformen, Command und Control eben überwinden müssen. Da dauert es länger und da sind tatsächlich die allermeisten Großunternehmen schon auf dem Weg und auch noch auf dem Weg. Das Headquarter von Novartis in Basel. Beim Schweizer Pharma-Riesen findet gerade ein grundlegender Kulturwandel statt. Die Chefs dürfen nicht mehr bossig sein, eine Top-Down-Haltung wird nicht toleriert. Die Vorgesetzten sollen ihre Angestellten fördern und sie zur Eigenverantwortung animieren. Man will keinen Boss mehr, sondern einen Leader. Während der Ära Daniel Vasella herrscht ein extremer Wettbewerb unter den Mitarbeitern. Als ehrgeiziger Boss hatte er die Ellbogen-Kultur explizit gefördert. Der neue Konzernchef Vasant Narasimhan sieht sich als Leader und will in eine komplett andere Richtung. Seit er CEO ist, muss beispielsweise niemand mehr Anzug und Krawatte tragen. Ich glaube, dass man das Maximum aus den Leuten rausholt, wenn sie sich wohlfühlen und die Kleider tragen, die ihnen angenehm sind. Wir versuchen, diesen Spirit zu leben. Die Chefetage hat mit dem lockeren Kleidungsstil begonnen. Zum Beispiel erscheinen wir in Jeans zur Arbeit. Danach entspannte sich die ganze Firma. In dieser Atmosphäre bekommen wir von den Mitarbeitern die besten Ideen. Dass die lockere Atmosphäre die Produktivität erhöht, bestätigt auch die Chefin des Pharma-Bereiches Europa, Janneke van der Kamp. Meine Unbost-Führung setzt unglaublich viel Energie bei meinen Mitarbeitern frei. Sie lieben die unbossige Stimmung und tun plötzlich das, was sie für richtig empfinden. Aber es ist nicht immer einfach. Diese Selbstinitiative bedingt auch Verantwortung zu übernehmen. Und das kann nicht jeder. Einige haben Angst vor dieser Aufgabe. Die gebürtige Holländerin ist seit 16 Jahren bei Novartis und hat beide Führungsstile miterlebt. Von ihr und anderen Chefs erstellen die Mitarbeiter jedes Jahr eine Art Boss-Psychogramm. Im Zwiegespräch wird immer wieder am Führungsstil gearbeitet. Wenn ich helfen kann, wende dich an mich. Ansonsten involvierst du das Team. Die Novartis-Chefs stehen unter permanenter Beobachtung und Kritik. Nach einer Beurteilung bin ich glücklich mit dem positiven Feedback und ein bisschen frustriert über die weniger guten Beurteilungen. Es ist definitiv nicht einfach. Mit jeder Verhaltensänderung, auch ganz persönlich, macht man oft zwei Schritte vorwärts und einen zurück. Und wenn man im Stress ist, fällt man öfters in das alte Verhaltensmuster zurück. Es braucht also Selbstbeobachtung und Übung. Manchmal bin ich zufrieden, weil ich alle inspiriert habe. Und am nächsten Tag habe ich das Gefühl, es nicht geschafft zu haben. Das Gefühl, dass ich es in der Sitzung verpasst habe, meine Leute so zu motivieren, dass sie einen grossen Schritt vorwärts gekommen sind. Ein Kraftakt, der den internationalen Novartis-Konzern viel Energie und Geld kostet. Warum leistet sich das einst so hierarchisch geführte Unternehmen eine Unbost-Strategie? Das Gesundheitswesen wandelt sich rasant. Alles wird schneller, weil die Digitalisierung es ermöglicht. Verschiedene andere Firmen drängen in den Gesundheitsbereich. Um unser Gebiet zu verteidigen, müssen wir gegenüber der Welt da draußen neugierig sein. Unseren Vorsprung, den wir uns erarbeitet haben, in Innovationen stecken. Um Neues zu generieren, ist es viel besser, eine Unbost-Kultur zu haben. Weil die Mitarbeiter dann Eigeninitiative übernehmen und das, was sie gelernt haben, in neue, gute Ideen stecken. Nur wer die besten Köpfe rekrutieren kann, wird im internationalen Wettbewerb vorne liegen. Dies gilt nicht nur für die Pharmaindustrie, sondern auch für alle anderen Branchen. Das heißt, die Unternehmen müssen sich attraktiv machen, wenn sie die Besten für sich gewinnen wollen. Heike Bruch berät Unternehmen in ganz Europa bezüglich Wandel in die neue Arbeitswelt. Hier an der Universität St. Gallen bereitet sie die Führungskräfte von morgen auf die Währung der Zukunft vor. Also das ganze Thema Speed, Zeitdruck, das ist die Währung der Zukunft, dass wir ganz schnell auf Veränderungen reagieren können, dass wir agil sind, dass wir schnell am Markt tanzen mit Innovationen oder bei den Kunden. Deswegen diese Entscheidung, was wird getan? Was wird getan? Wo stehen die deutschen und Schweizer Firmen? Nur gerade 25 Prozent hätten den Schritt zu New Work schon vollzogen. Und von denen, die das jetzt geschafft haben, in diese neue Arbeitswelt reinzugehen, ist nur ein Viertel erfolgreich. Drei Viertel verbrennen sich die Hände und sind weniger erfolgreich als vorher. Häufig, weil sie überfordert sind oder weil sie in eine Art Überhitzung reinkommen, noch nicht die Spielregeln entwickelt haben und auch noch nicht die Führung. Trust the process. Vertraue dem Prozess, flachst man unter den Mitarbeitern bei der Firma Freitag. Mutig ist der Schritt vor allem für den Firmeninhaber, der bei einem Scheitern die finanziellen Konsequenzen tragen würde. Mit der Einführung von Holacracy habe ich besser geschlafen, war entspannter, weil ich glaube, es ist nun wirklich auf mehr Schultern verteilt. Es ist viel resilienter. Ich glaube, es ist wirklich schwieriger geworden, schlechte Entscheidungen zu treffen. Und es ist nicht so quasi die Hoffnung an die eine Figur, die dann eigentlich hoffentlich wieder weiter gut delegiert, sondern ich glaube, es ist eigentlich ein Gefühl, das im Kollektiv an der Sache gearbeitet wird. Und für mich war es eigentlich eher so eine Beruhigung zu wissen, dass es nun auf mehreren Schultern lagert, diese Verantwortung. Wie diese Verantwortung gerecht entlöhnt wird, steht bei der Firma Freitag nach wie vor zur Diskussion. Die Lohnangelegenheit sei komplex und noch nicht optimal gelöst. Und wie steht es um den Unternehmenserfolg seit Holacracy? Es ist ein Investment, ein zeitliches, ein persönliches und auch ein finanzielles. Beratung, Zeit, das kostet Geld. Ich glaube, man sollte das eher quasi einführen, wenn es einem gut geht und nicht unbedingt, wenn man am Abgrund steht. Umgekehrt, wir hatten ein sehr erfolgreiches 18 und in dem Sinne können wir schon auch sagen, es hat uns nicht geschadet. New Work ist in aller Munde. Überall finden Referate zum Thema statt. Wie hier bei einer Podiumsdiskussion der Neuen Zürcher Zeitung. Gast des Abends, der Philosoph Richard David Precht. Die Gesellschaften müssen sich darauf fürchten, dass wir einen Umbruch in unserer Arbeitswelt bekommen, auf den wir nicht vorbereitet sind. Und der dazu führen wird, dass es wie bei jeder echten und tiefen Revolution eine grosse Zahl von Verlierern geben wird. Viele Verlierer gäbe es vor allem deshalb, weil Selbstinitiative und Kreativität, die elementarsten Werkzeuge der neuen Arbeitswelt, in der Schule nicht gelehrt würden. Das Schulsystem sei komplett überholt, sagt Precht und zieht einen Vergleich. Also wir beladen quasi ein altes Schiff immer wieder mit neuen Containern, ohne uns der Ruhe Gedanken zu machen, dass dieses Schiff eigentlich für diese Container gar nicht geeignet ist. Der Philosoph fordert nichts weniger als eine Bildungsrevolution. Nur mit einer solchen bestehe die Chance, dass unsere Kinder richtig auf die Arbeit von morgen vorbereitet werden. Es wird dann bestimmt auch Stoff vorgegeben, es werden Lernziele vorgegeben. Und dann geht es darum, wie stark man die erfüllt. 100-prozentig, 70-50-prozentig und danach werden Noten verteilt. Das heißt, das ganze System ist auf extrinsische Belohnungen ausgerichtet. Was wir aber in Zukunft brauchen, in einer Welt, in der die vorgefundene Arbeit deutlich weniger wird und die Tätigkeit, die ich mir suche, mehr von mir heraus selber kommen muss, dass die intrinsische Motivation in den Mittelpunkt der Pädagogik gerückt wird. Das bedeutet nicht, dass man die Kinder jeden Morgen fragt, was wollt ihr denn heute machen? Sondern, dass man aufhört, die Schule in ein Format zu pressen, wo man erst eine Stunde Chemie hat und dann zwei Stunden Englisch und dann eine Stunde Französisch und dann eine Stunde Erdkunde. So wie sich überhaupt kein Mensch in seiner Freizeit oder in seinem wirklichen Leben mit Dingen beschäftigen würde. Sondern, dass man frühzeitig die Möglichkeit hat, Schwerpunkte selber zu setzen und intensiv und lange an bestimmten Dingen arbeiten kann, damit intrinsische Neugier sich auch entsprechend entfalten kann. Edna ist motiviert, weil sie an dem arbeitet, was sie selber auf die Beine gestellt hat. Mit kreativem Flair und smarter Kommunikation versucht sie jeden Tag neue Projekte anzustoßen. Ob sie die Konzepte dafür im Büro schreibt oder im Park, ist egal. Denn alles, was sie dafür braucht, ist ihr Laptop. Die Ideen präsentiert Edna ihrem Chef dann per Skype. Ansonsten lässt er sie in Ruhe arbeiten. Sein Motto? Das Ergebnis zählt und nicht die physische Anwesenheit. Am Anfang, wenn man Homeoffice einführt oder mobiles Arbeiten einführt, ist immer die Angst, die arbeiten zu wenig. Dass man kontrolliert, sind die da überhaupt am Schaffen oder was ist da los. Später, wenn das gut eingespielt ist und wenn das läuft, haben wir eine völlig andere Herausforderung. Und das ist nämlich die Frage, arbeiten die nicht zu viel. Arbeiten in der Natur und mit einem Laptop. Mehr braucht es nicht an diesem sonnigen Tag auf der Insel Lindwerda nahe Berlin. Regelmässig treffen sich hier im Grünen junge Kreative zur sogenannten Workation. Das ist ja tatsächlich die Verbindung von beiden. Und zwar ist natürlich einerseits Work, also Arbeit, und andererseits Vacation, also in den Urlaub fahren. Wenn ich hier in dieser Umgebung arbeite, mit dem Blick in die Sonne, mit dem Blick auf die Bäume oder auf den See, dann entspannt das einfach. Es ist trotzdem noch Arbeit, aber das Grundlevel an Stress ist einfach geringer. Die Gedanken werden freier, man hat vielleicht bessere Ideen. Man sieht auch manchmal mehr das große Ganze und ist nicht so in seinem Kleinteiligen unterwegs. Das ist ein schöner Effekt. Die Workation ist ein Angebot des schweizerisch-deutschen Beratungsunternehmens Lounge Labs. Leute aus wechselnden Branchen werden dazu eingeladen. Sie sollen sich mit anderen vernetzen und gemeinsam neue Projekte anstoßen. Es ist mal eine andere Perspektive einzunehmen und wirklich mal seinen Laptop ganz woanders aufmachen zu können. Und wir arbeiten ja doch in einem sehr kreativen Beruf und solche Umgebungen helfen dann auch wirklich mal, diese andere Seite einzunehmen und mal auf neue Ideen zu kommen. Es ist kreativ hier. Es ist anders hier. Und ich glaube, wenn man will, kann man die Natur besser einsetzen, um wirklich kreativ zu machen. Aber wir haben noch nicht so das Berufs eingeplant, aber das könnte ein nächster Schritt sein. Was machen wir eigentlich mit der Natur hier? Man kann zum Beispiel einen Rundgang machen mit einer bestimmten Fragestellung, einem Design-Challenge. Und dann, okay, was vielleicht die Natur dich so gibt auf dem Weg. Wie kannst du das für diese Challenge einsetzen als Inspiration? Sowas könnte ich mir vorstellen. Man darf sicherlich auch nicht vergessen, wenn man sich dann die harten Zahlen anschaut, alleine 1,1 Milliarden Euro sind es, die durch die Ideen der Mitarbeiter in den letzten Jahren eben erwirtschaftet werden konnten. Da sieht man, wie entscheidend es ist, dass die Mitarbeiter eben auch die Möglichkeit haben, eigene Vorschläge einzubringen, eigene Ideen zu verfolgen, um so dann eben zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Der Ausflug ins Grüne ist also ein Investment und nicht bloß Wohlfühlprogramm. Der Arbeitgeber schickt seine Mitarbeiter zu einer Workation, damit diese dort Kraft tanken, um danach wieder durchzustarten. Die junge Generation fordert mittlerweile sogar aktiv solche Pausen von ihren Chefs. Die Verlockung ist groß zu sagen, wenn wir schnell arbeiten können, agil arbeiten können, sehr effektiv, sehr produktiv sein können, das sozusagen auf Dauerfeuer stellen zu wollen. Wir sprinten einfach nur noch, ist doch klasse, kriegen wir viel mehr Ergebnisse. Und das funktioniert aber nicht. Ein Sprint ist kein Marathon. Das heißt, man braucht ganz bewusst Phasen des Ausruhens. Dadurch, dass sich die Grenzen auflösen und alles mehr miteinander verschmilzt, sei es durch die Technologie, durch Digitalisierung, durch Globalisierung. Dadurch, dass sich alles auflöst, müssen auch wieder Strukturen gesetzt werden. Und das kommt dann eben häufig von Arbeitgebern und von einem selbst. Natürlich, man selbst hat die grösste Verantwortung, was das Thema angeht, aber es ist natürlich schön, wenn es unterstützt wird vom Arbeitgeber. Philipp Herrmann ist Chef der Firma Adventure in Berlin. Er berät namhafte Firmen bei ihrem Schritt in die neue Arbeitswelt. Um das Potenzial der Angestellten voll auszuschöpfen, sei es wichtiger denn je, sie an der langen Leine zu führen. Ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn wir auch Mitarbeitern im Schnitt mehr Freiraum geben, ganz klar. Wenn wir denen Ziele vorgeben als Unternehmen und sie dann frei daran arbeiten lassen, wie sie die Ziele erreichen. Und auch mal scheitern lassen und schnell sein lassen. Und dazu müssen wir die natürlich befähigen. Befähigen und vor allem Freizeit gewähren. Denn diese ist für die Generation Y und Z wieder zu einem wertvollen Gut geworden. Workaholics sind aus der Mode geraten. Und davon grenzen wir uns bewusst ab, weil wir das als altmodisch empfinden heutzutage. Das heißt, wir haben bewusst eine 32-Stunden-Woche, bewusst, um zu sagen, wir wollen eben nicht unser ganzes Leben nur arbeiten, sondern Freizeit haben, uns inspirieren lassen, mal ins Theater gehen zu können, mal am Fahrrad rumschrauben können, mal Freunde treffen können, um dann wieder auch kreativer arbeiten zu können. Die Jugend hat also längst erkannt, dass volle Kraft voraus nur dann möglich ist, wenn man ab und zu auch Kraft tanken kann. Ein erfolgreicher, moderner Arbeitgeber muss diese Balance anbieten können. Ist dieser Power-Shift in der neuen Arbeitswelt eigentlich nur das Konstrukt einer intellektuellen Elite? Einer Minderheit, die sich bei der Arbeit selbst verwirklichen will und kann? Definitiv nicht, sagt Heike Bruch. Wenn Unternehmen diese notwendigen Veränderungen nicht machen und eher auf eine klassische Art zu arbeiten, bauen, im negativen Sinne klassisch, also hierarchisch, sehr, sehr starr, Anwesenheitspflichten und so weiter, dann sind sie weniger attraktiv für die Mitarbeitenden, das ist so das eine. Und sie können weniger flexibel auch das Wissen kombinieren, weniger schnell reagieren auf Marktveränderungen. Und sie werden in diesem Wettbewerb, wo es um Geschwindigkeit geht, um Innovation geht, um Arbeitgeberattraktivität, tatsächlich nicht mithalten können. Und was passiert mit all den Mitarbeitern, die von Natur aus wenig kreativ sind und sich nicht jeden Tag neu erfinden können? Wenn sie am Finanzamt arbeiten, dann machen sie etwas, was im Prinzip jeder lernen kann. Wenn sie Bürokaufmann sind, ist das genau dasselbe. Und diese sehr leicht algorithmisierbaren Berufe, Busfahrer gehört sicher auch dazu, oder Fernfahrer, die werden gänzlich verschwinden und da wird eine große Zahl von Menschen sein, für die es eigentlich keine vorgefundene Beschäftigung mehr gibt. Die Gefahr ist, gerade aus Sicht der Bevölkerung, natürlich immanent groß, dass wir uns in Zukunft ein Stück weit aufspalten werden in Gewinner und Verlierer. Also es kann jetzt finanziell sein, dass die einen in Zukunft werden zwei Drittjobs annehmen müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen, während die Besserverdienenden sich kaum noch Gedanken um den Faktor Geld machen müssen. Das ist sicherlich eine große Gefahr für die Zukunft der Gesellschaft, dass die sich nicht weiter aufspalten sollte, denn damit würden natürlich viele radikalere Bewegungen einhergehen. Man müsste dann aufpassen, dass die Gesellschaft sich nicht insgesamt spaltet, dass nicht die politischen Ränder auch zu sehr gestärkt werden. Also das ist sicherlich eine Kernaufgabe für die Zukunft, die Spaltung der Gesellschaft zu verhindern. Weil sich Edna jeden Tag neu erfinden kann, gehört sie zu den Gewinnern des Systemwandels. Ihre Smartwatch erinnert sie aber daran, ihr Projekt für heute ad acta zu legen, denn damit sie auch morgen wieder eine Top-Leistung bringen kann, braucht sie genügend Schlaf.